Diese Arbeit Venus at Modern Age ist jetzt ganz neu, auch in meinem Webshop, ist auch ein Unikat und gehört zu einer Serie von insgesamt vier Arbeiten, von denen ihr noch drei haben könnt. Die genaue Beschreibung zu dem Bild findet ihr auch auf dem Webstore. Dort findet ihr auch die Maße und Technik, die ich verwende. Aber kurz zum Inhaltlichen nochmals, eines meiner Lieblingswerke, denn es geht auch hier wieder um die starke Frau. Das Sinnbild der Venus kennen wir ja als Schönheitsideal und passt natürlich absolut zu meiner Idee von der starken Frau. Der Titel Venus Power visualisiert für mich auch eine Art Appell, dass wir Frauen unsere Kraft mehr vereinen und noch mehr nutzen müssen, um für Gerechtigkeit und Frieden auf unserer Welt im Positiven zu sorgen. Hier sieht man auch noch mal ganz schön den Metallic-Effekt im Abendlicht.